Schabi, die Geschichten von Asterix und Obelix kennst du ja sicherlich auch. Jetzt sind wir hier in Rom, jetzt möchte ich diesen Vergleich mal einmal ziehen. Die unbesiegbaren Gallier marschieren nach Rom ein. Asterix, Floh Wirz, schockt die Römer hinten raus, ohne ihm jetzt da von der Statur irgendwelche Vergleiche ziehen zu wollen. Obelix, Robert Andrich wirft da noch einen Hinkelstein ins Tor und so weiter. Da frage ich mich, welchen Zaubertrank gibt Schabi Alonso seinen Galliern im Moment? Was ist dieses Geheimrezept, das euch besser macht als alle anderen? Das ist eine große Metapher für Journalisten. Aber ja, aber alle Spiele, ich weiß nicht, wir sind die kleinen Gallier, aber wir sind eine gute Mannschaft und das brauchten wir gestern. Ich habe vor dem Spiel, die ersten Spiele in einem Halbfinale, brauchen wir eine seriöse Leistung, sehr diszipliniert mit Intelligenz. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir fast alle sehr gut gemacht haben. Gute Tempo kontrolliert und nicht drauf gekommen sind. Die Entwicklung und die Maturity für dieses Spiel waren sehr wichtig. Und ich bin sehr glücklich, weil wir hier mit zwei Minuten Dievi Pumpf 120